Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe euch hier mal ein paar Modelle mitgebracht, die ich aus diesem Buch herausgearbeitet habe, wollte ich gerne euch noch zeigen. Das sind jede Menge und die sind wahrscheinlich nicht mal erschöpfend. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Manche rechnen einfach 70 Jahrwochen von 604 oder von 606 aus. Manche nehmen die ersten sieben Jahrwochen, lassen die einfach aus und unterstellen, Gott hätte eine verkürzte Zeit dort angenommen, nehmen dann nur 62 und eine Woche, rechnen die von einem bestimmten Datus, kommen in die Makabeerzeit. Andere nehmen dann die 62 Jahrwochen und die eine Jahrwoche und hängen dann die siebte Jahrwoche mit etwas Abstand hintendran und sagen, das war in der messianischen Zeit. Es gibt Modelle, die nehmen einfach 70 Jahrwochen in einem Zug. Es gibt welche, die haben verschiedene zeitliche Fristen und Abstände dazwischen. Also es gibt da eigentlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, aber keiner trifft auf Kyros und Antiochus gleichzeitig. Und keiner von den Autoren sagt auch, dass die 70. Jahrwoche davon abgekoppelt ist. Da gibt es natürlich viele, die das kritisieren, die sagen, die 70. Jahrwoche darf man nicht abkoppeln, die müssen alle aneinandergereiht werden. Aber wenn man das tut, kommt man zu gar keinem Ergebnis. Und das jüdische Modell tut das auch, hat auch einen Abstand, und zwar von der 62. Jahrwoche, vom Beginn der 62. Jahrwoche bis zum Ende der ersten sieben Jahrwochen hat das auch eine relativ lange Lücke. Also es ist nicht so, als ob es ein Modell gäbe, in dem die alle aufeinanderlaufen würden und dann passen könnten. Und wir wissen auch, dass die Israelsgeschichte unterbrochen wurde für 2000 Jahre. Ja, das Israel heute im Land ist etwas Besonderes, hat es 2000 Jahre lang nicht gegeben, gibt es heute wieder. Genauso ist auch eine Lücke zwischen dem Ende der 62. Jahrwoche und dem Anfang der letzten 70. Jahrwoche. Ich möchte euch aber auch noch was anderes zeigen, und zwar aus Daniel 11. Da ist ein Text mit diesem Gräuel der Verwüstung, auf den Jesus Bezug nimmt, in seinen Endzeitreden. Der verweist ja auf Daniel und sagt, achtet darauf, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird. Und er bezieht das ja auf die Zukunft. Und da sagen jetzt viele, ja, das waren die Römer, die haben da den Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Das mag sein. Aber Jesus verweist ja auf Daniel und sagt, achtet darauf. Und dann ist es so, dass Daniel diese Prophetie in Daniel 11, die bekommt er von Christus selber. Das heißt also, der Mann, der dann zu Daniel kommt, der wird im Buch Daniel in Kapitel 10 eigentlich fast genauso beschrieben wie der auferstandene Christus in der Offenbarung. Das würde bedeuten, der präexistente Christus kommt zu Daniel und gibt ihm die Prophetie in Daniel 11. Und als Christus ins Fleisch kommt, dann verweist er auf das, was er 550 Jahre vorher dem Daniel gesagt hat. Und sagt, achtet darauf, als ob er sagen will, achtet auf das, was ich gesagt habe. Das sind ja seine eigenen Worte, die er dort in Matthäus 24 zitiert. Und deswegen soll man da genau drauf achten. Und da muss man einfach feststellen, dass diesen Gräuel der Verwüstung kein Römer aufgestellt hat, sondern ein Antiochus Epiphanes, der in der letzten Zeit wiederkommt. Und dann schließt sich der Kreis. Und nur dann. Ich verstehe aber, dass das unglaublich schwierig ist, diese Rom-Theorie fallen zu lassen, weil die augenscheinlich, nicht mehr augenscheinlich, so sehr dominant ist in der Bibel, gerade in den Evangelien und im Neuen Testament. Aber wir sollen nicht auf das achten, was vor Augen ist, sondern wir sollen auf das achten, was geschrieben steht, so wie Jesus ja auch da sagt in Matthäus 24, achtet auf das, was in Daniel geschrieben steht. Und er kommt ja auch zu Daniel, auch in Form dieses Mannes, der gekennzeichnet und beschrieben wird, wie Christus, der aufgestande Christus in Offenbarung. Und sagt zu Daniel, ich bin gekommen, um dir zu sagen, was geschrieben steht. Das heißt also, dieser Mann, Christus, der präexistente Christus, verweist Daniel auf das, was in älteren Teilen der Bibel schon geschrieben steht. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das muss man bei den Auslegungen berücksichtigen. Und eine Auslegung muss an allen Stellen, an allen Referenzstellen passen und nicht nur an einer oder an zwei. Sonst ist die nicht belastbar. Und dann ist sie auch einfach nicht richtig. Also ich zeige euch das nochmal und ich zeige euch auch nochmal ein dynamisiertes Modell, und zwar das jüdische Modell, das standardchristliche Modell und das, was ich hier entwickelt habe. Und wünsche viel Gewinn und Gottes Segen beim Zuschauen. Ja, also hier haben wir das Standardmodell, christliches Modell, alt habe ich das genannt. Das ist ja die standardmäßige Auslegung, wie wir sie kennen. Die fängt bei Ataxerxes an im Jahr 445, rechnet dann 49 Jahre, das sind die ersten sieben Jahrwochen. Da wird dann gesagt, dass zu der Zeit der Bau des Tempels angeblich fertig gewesen sei. Dann hängt man direkt daran, die folgenden 62 Jahrwochen, also 434 Jahre und rechnet die dann um, indem man sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen addiert. Dann kommt man auf 483 Jahre. Die multipliziert man mit 360 Tagen. Dann kommt man auf 173.880 Tage. Die teilt man durch 365 Tage, so wie wir heute rechnen. Und dann kommt man ins Jahr 32 nach Christus und setzt dann den triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem und seine Kreuzigung für dieses Jahr an. Und dann macht man einen Sprung bis in die Endzeit. Und in der Endzeit kommt dann die letzte 70. Jahrwoche. Die soll beginnen mit dem Bundesschluss des Antichristen mit Israel und endet dann mehr oder weniger mit dem Tod des Antichristen. Das ist das Modell, so wie es heute in der evangelikalen Welt ausgelegt wird. Dann haben wir hier das jüdische Modell. Das beginnt im Jahr 605 vor Christus, rechnet von da aus sieben Jahrwochen, also 49 Jahre, kommt bis zu Kyros, so wie auch in Jesaja 45 Kyros als Gesalter angekündigt wird. Und dann rechnet man bis ins Jahr 70 nach Christus, wo der Tempel zerstört wurde und bezeichnet die Jahre davor, während des jüdischen Krieges mit Rom, der ja 63 nach Christus begann und bis 70 nach Christus dauerte, als die letzte 70. Jahrwoche. Es verbleiben dann allerdings nur noch 63 Jahrwochen und wenn man die zurückrechnet, das sind 441 Jahre, dann kommt man ins Jahr 371 vor Christus. Da ist aber überhaupt kein Edikt erlassen worden. Also man sieht, dass diese zweite Frist vollkommen in der Luft hängt und auch eine zeitliche Spanne von 188 Jahren zwischen den ersten sieben Jahrwochen und den letzten 63 Jahrwochen dann besteht. Also auch das scheint eine sehr willkürliche und wenig belastbare Auslegung zu sein. Dann kommen wir zu dem Modell, das ich hier vorgestellt habe. Das beginnt im Jahr 605 vor Christus. Das ist das Jahr, in dem Jeremia 25 geschrieben wurde und das Daniel in Kapitel 9 gelesen hat. Von da aus rechne ich sieben Jahrwochen, also 49 Jahre bis auf Kyros und vom gleichen Datum aus rechne ich 62 Jahrwochen, also 434 Jahre und dann kommt man genau ins Jahr von Antiochus Epiphanes im Jahr 171 vor Christus. Dann unterstelle ich eine lange Zeitspanne und setze die letzte 70. Jahrwoche in der Endzeit an. Die beginnt mit der Wiedergeburt Jerusalems, aber weil der Bund des Antichristen mit dem abgefallenen nördlichen Teil Israel sieben Jahre dauert, tritt zu diesem Zeitpunkt auch der Antichrist auf und stirbt am Ende der 70. Jahrwoche. Die Zwischenzeit ist deswegen unbestimmt, weil die 70. Jahrwoche mit der Wiedergeburt Jerusalems beginnt und niemand weiß, wann dieser Tag ist. Aber diese letzte 70. Jahrwoche dauert sieben Jahre und ist damit genauso lang wie die Regierungszeit des historischen Antiochus Epiphanes. Heilsgeschichtlich könnte man beide Zeiten übereinander schieben, sodass in Gottes Prophetie die siebte Jahrwoche unmittelbar auf die ersten Jahrwochen folgen würde. Die Bibel skizziert ja die Zeit des historischen Antiochus Epiphanes fast deckungsgleich mit den Ausprägungen des endzeitlichen Antiochus Epiphanes, sodass Gottes Heilsgeschichte, wenn man die Zeit der Gemeinde bzw. diese grau gepunktete Zwischenzeit ausblendet, übergangslos in der Endzeit fortgesetzt würde und somit unmittelbar auf die ersten Jahrwochen folgen würde. Das kann man auch in den prophetischen Texten nachvollziehen, wie wir jetzt gleich sehen werden. Jesus spricht in Matthäus 24, Vers 15 vom Gräuel der Verwüstung und verweist auf Daniel. In Daniel 11 wird von Vers 21 bis Vers 45 in aller Ausführlichkeit von dem historischen Antiochus Epiphanes gesprochen. Wenn man den Text genau anschaut, sieht man, dass er von zwei verschiedenen Persönlichkeiten spricht. Und zwar wechselt er ab Vers 36 bis Vers 45 zu einem zukünftigen Herrscher, dem endzeitlichen Antiochus, dem Antichristen. Aber die Formulierung der Gräuel der Verwüstung steht in Vers 31. Und es werden seine Heere da selbst stehen, die werden das Heiligtum in der Feste entweihen und das tägliche Opfer abtun und einen Gräuel der Verwüstung aufrichten. Dieser Vers befindet sich aber nicht in dem endzeitlichen Teil, sondern er befindet sich in dem Abschnitt, in dem von dem historischen Antiochus Epiphanes die Rede ist. Es bleibt also dabei, dass es hier nicht um Römer, sondern um Selorkiden geht, aber wenn Jesus auf Vers 31 verweist und hier der historische Antiochus Epiphanes gemeint ist und gleichzeitig diese Bibelstelle für die Endzeit deutet, wird daraus ersichtlich, dass das Tun des historischen Antiochus Epiphanes geradezu programmatisch für die Endzeit ist und deckungsgleich mit dem, was der Antichrist tut. Jesus sagt, dass wir hierauf genau achten sollen. Diese Bibelstellen sind also bei oberflächlicher Betrachtung nicht zu verstehen. Wenn wir aber voraussetzen, dass sowohl der historische Antiochus Epiphanes als auch der endzeitliche Antichrist in ihrem Handeln mehr oder weniger identisch sind, kann die Bibelstelle verstanden werden und es wird ein weiteres Mal deutlich, dass sich in der Endzeit lediglich die Dinge wiederholen werden, die die Bibel im Alten Testament bereits vielfach skizziert hat. Und zwar nicht allein in Daniel, sondern auch in Jesaja oder in Zacharja oder in weitaus älteren Büchern der Bibel. Es geht also immer um die gleiche Geschichte und um die gleichen Begebenheiten, die die Bibel seit Jahrtausenden beschreibt. Es werden immer wieder aufs Neue die gleichen geopolitischen Strukturen skizziert. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, um Aussagen über die Endzeit zu machen. Denn sie bewahrt uns davor, eigenmächtig Interpretationen zu den Texten Daniels oder auch der Offenbarung vorzunehmen. Sie alle müssen im Kontext der Prophetien des Alten Testaments stehen und dürfen nicht davon losgelöst werden. Es ist der immer wieder erneute Hinweis darauf, dass Gottes Endzeitgeschichte bereits tief im Alten Testament angelegt ist, aus diesem heraus entwickelt und begründet wird und in seinen Aussagen in Übereinstimmung mit alttestamentlichen Prophetien ist. Ohne die Kenntnis des Alten Testamentes ist auch das Neue Testament nicht zu verstehen. Gleiches gilt in umgekehrter Weise für das Alte Testament, denn auch das Alte Testament können wir nur mit dem Licht des neutestamentlichen Geistes Jesu Christi verstehen und auslegen. Gottes Wort ist wahr. Gottes Wort ist wahr.